Hallo liebe Leute, ich mache jetzt Bainbow und ja, wenn ich das mache, warte ich muss das selbst umstellen ich muss mich selbst umstellen, das ist doch sehr schwer ja und ich wollte nur sagen, dass ich jetzt den X-Play mache und ganz am Anfang bin ja ja Ich glaube ich muss mich wieder verbreiten ich war ich bin aus das ist ich bin aus ich bin aus ich bin aus ich bin aus wir ich bin aus ich bin aus auf ich bin aus Ah und, ich bin nicht Gott. Ich bin alles andere, oder Gott? Eigentlich geht es manchmal. Manchmal, manchmal. Ja, Gott, ist mir egal auf die Gescheibe. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Ja, meine Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Äh, die Drohne. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Ja, ich setz ne Drohne. Noch 5 Sekunden. Keine los. Ich warte nicht. Rück zur Bombe vor und entschärft sie. Nee. Ich lade mein Magazin. Keine Munition mehr. Ja, genau. So gater. ich bin mir wieder komplett scheiße, dicker ne der Schaf ist nicht länger in deinem Besitz hab's gewusst, dass ich scheiße bin die sind doch scheiße, das ist doch nur noch einer was ist denn das mehr ich bin wieder verletzt aber da sind zwei, das ist ein Lügel ein Schaf wurde zurückgeholt jetzt sendet's Entschärfer ist online und aktiviert Gegner neutralisiert, eigener Druck erfolgreich ja ich bin scheiße und ich spiel ja und ich spiel ja 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 nicht zu lang äh rainbow yep und ich kann auch fortnite videos machen oder pipa 20 oder GTA oder Tom 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 job figuring Zehn Sekunden ist gemeinsam. Nein. Fünf Sekunden. Bombe gefunden. Gelangt zu ihrer Position und entschärft sie. Also was wünschen wir da? Das Sledge. Das Sledge. Nur noch ein Gegner übrig. Ein riesiges verdammtes Loch. Ach du gar keine Lust. Man ist jetzt mal richtig so, Alter. Gegner neutralisiert, eigener Druck erfolgreich. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Nee. So, das geht gar nicht. Nee. Nee. Ja. Nope. Ihr müsst eure Drohne verwenden um eine Bombe aufzuführen. Where are you from, Bollocks? Naja. Das hab ich bestimmt so wieder. Idiot. Naja. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Einsatz in zehn Sekunden. Fünf Sekunden. Rück zur Bombe vor und entschärft sie. Das ist echt so. Ich bin leer. Aktiviere Drohne. Magazin wechsel. Ich muss schnell machen. Dann kann ich gekillt werden. Ich muss schnell machen. Dann kann ich gekillt werden. Dann kann ich gekillt werden. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Was soll ich denn machen? Dein eigener Druck hat Gegner eliminiert. Das ist immer wieder die Beste. Ich glaube, er hat wieder Wähler. Ich bin sicher. Die Bomben sicher. ... ... ... Ich platziere ein AVS! Lade nach! Es bleiben 10 Sekunden. Bombenstandort sicher. Dachsdraht in Position. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Ihr wisst, was zu tun ist. Lege Willkommensmasse aus. Ich war hier. Das habe ich bestimmt gesehen. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Erster Stock. Das war's mit dem Video und ähm, ja, tschüss. Das war's mit dem Video. 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 Das war's mit dem Video.